Hey, wir spielen im Dunkeln. Dunkel. Geil, weil es dann auch noch geil ist, dass es eine neue Handvoll gibt. Mit Wuhn und... Ja, richtig blöd, verrückte Sachen. Hallo. Hallo. Superblöde. Superblöde. Und weil es euch wundert, Mensch, warum sind eigentlich nur die beiden die ganze Zeit dabei und alles? Ja, die anderen kommen auch wieder. Aber wir haben momentan so einen Run. Und deswegen machen wir das jetzt mal. Ja. Deswegen... Die anderen kommen auch wieder. Genau, wieder Fußball. Hast du recht. Ich weiß gar nicht, woher ich das habe. Ich hab keine Ahnung. Mit den Run war aber auch ziemlich gut. Ja. Hallo. Hallo. Ich hatte hier eine Kuh in meinem Gesicht. Sorry. Guten Tag. Ihren Apfelpupo. Apfelpupo? Ja. Oder möchten sie lieber einen Vorsicht besuchen? Die dürfen hier gerne mitmachen. Okay. Ähm. Ja, können wir ja weitergehen, ne? Klar. Geil. Ich gehe, 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 gehe im Tausenschritt. Und bring die Liebe mit. Aus meinem stinkenden Schritt. Iiiiih. Ah. Oh Gott. Ne. Dann behalten wir auf. Und diese Grüße an Mono. Wieso grüße ich nur noch Mono? Was ist mit der Rest? Ich grüße auch alle anderen. Wie, aber die sind mit Namen? Nein. Ich meine, das ist ein Kanal. Ja. Ich grüße die Spinne. Oh nein. Was ist los? Die Spinne. Die Spinne. Oh. Oh. Was ist los? Was tust du da? Oh. Warte ich nicht. Oh. Oh. Komm zu mir. Sehr gut. Oh. Heilung. Nein. Und wir sind schon jemand? Nein. Sehr gut. Dann können wir ja richtig aufräumen jetzt hier. Ja. Jetzt geht hier richtig der Spass ab. Uiuiui. 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 Da kommt der Spinne in der Schlipper weg. Die arme Spinne. Ja. Muss jetzt nack rumlaufen. Arme Spinni. Spinni. Aber hey. Wir können dann den Schlippi auf, ähm, äh, irgendwie aufs Inhaltsseite verkaufen und dann bekommen wir bestimmt Geld. Geil. Geil. Geil, ja. So neben verdienen. Uiuiui. Spinne. Spinni. Spinni. Ist das nicht schön? Bühne? Ja, Bühne ist nicht schön. Nein. Die Musik. Ja, super. Uiuiuiui. Ich spieg gerade Klavier hier. Ich spieg gerade Klavier hier. Spinni. Spinni. Ist das immer noch gut, oder? Natürlich. Wie soll's auch nicht? Da müssen wir mal nachladen. Ha, ich hatte nämlich gerade erst gespürt geheilt. Warum heilt ihr euch denn? Warum macht ihr euch so kaputt? Hier ist Heilung, wenn ihr die Heilung braucht. Mann. Ich wollte doch nicht hier rein. Hier ist Heilung. Da müssen wir nachladen, ja. So. Alles gut. Habt ihr noch irgendwie in der Falle? Mhm. Habt ihr? Warum? Ja, eine Tür vielleicht doch mal. Wo? Hier. Eine Tür in dem Vorraum muss noch rechts. Ja, ich verstehe manchmal nicht. Ich hab so nicht ganz voll schon. Hallo. Hallo. Alter, jetzt. Ey, verpiss dich. Wo ist denn so? Das ist eine blöde Spinne, ey. Die ganze Zeit sind so ganz schön. Aua! Ja, ich bin da schon am Rappen. Ich bin da jetzt mal nachladen. Ich bin da jetzt mal nachladen. Ich bin da noch mal nachladen. Ja, du musst aufpassen. Ich meinst ja die Tür draußen rechts in dem Raum. Deswegen hab ich die extra dahin gepackt, dann spart man sich eine Falle. weil warum so dass sie nicht so tief reinkommen wir haben noch genügend fallen achso ich hatte wir hätten keine mehr eine falle macht der denn gerade wir haben doch überall fallen gehabt und jetzt sind da auch eine falle extra da habe ich keine gesehen das ist eine falle ich habe jetzt schon versteckt ich bin ja stehe hier einfach nur ich guck einfach nicht immer überall raus das macht sowieso kein sinn du hast so einen drang du musst immer raus gucken das einzige was du davon kriegst ist meistens headshot aber mehr nicht aber du musst sagen du liegst sicher ich kenne das gefühl genau hallo so jetzt hat aber keine meine falle wir müssen einer hallo du bist für mich aufgeregt hat das einen kaffee was los ich lausche ich lausche achso das ist das lauschen von allen seiten aha mhm oh detlef hat mir gerade geschrieben ich soll aufpassen da gibt es glaube ich monster im spiel ich weiß auch nicht ich glaube er meint dich oder mein brüder er meint mich ich meine brüder ich muss sagen er meint dich DELEF wey was bist die jetzt so eres doch, wie machst du mich aus?! echt? eigentlich Können sie reinreden wir singen sie l Concern l avoir Wunderschön. Wunderschön, oder? Wunderschön. Wir müssen hier die Trophäe aufnehmen. Nein. Gott, ich muss das... Ich muss das echt mal durchstellen, nicht? Möchtest du das nicht? Nein. Ganz sicher? Kannst du das nehmen? Wir müssen abwechseln. Nichts. Nee, müssen wir nicht. Ich möchte es aber. Okay. Mann. Kann nicht mal wer kommen. Ich bin nicht immer nur draußen. Ich glaube, heute ist nicht der Tag, wo Leute vorbeikommen. Oh, guck mal. Dreck fort. Und wie kommen wir da jetzt hin? Ja, dann lass uns doch da hin. Hä? Wollen wir einfach durchlaufen? Ist er nicht da? Hä? War das nur optisch? Ich verstehe es nicht. Hä? Die Frau macht mich fertig. Das hat sie schon mal mit uns gemacht. Hä? Hä? Was denn? Hallo? Ich musste dich bei Marcel bestärmen. Sorry. Hä? 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 Wie kann man denn... Hör mal überall rüber... Nee, er springt über die ganzen Fallen rüber und da passiert nichts? Hm. Und dann sieht man Stacheldraht, sie läuft durch und es passiert auch nichts. Hä? 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 Das ist halt magisch. Aber du bist so magisch, dass uns dann auch immer nichts passiert. Das ist abgefahren. Ja, ne? Das ist meine Aura. So. Meine Aura. Ich hab nur Laura. Was? Ach nee. Kann sie auch raus brauchen. So, wenn wer gucken mag? Gucken mag? Aua, was ist denn? Da war auch noch hin. Mag jemand gucken? Ja, wenn ich mich gehalten hab. Ach so. Du und Marcel haben sich... Ja, ganz hinten. Wir haben gesehen auch 255, da in dem Pfort drin. Aber sonst... Okay. 200. 100. Hunde bellen? Ja, das fängt in den Dreck mit dem Mund stehen. Alter! Ähm... Also ich... Also... Ich glaub, ich glaub wir warten erstmal. Oh. Oh, wird schon langsam weniger. Was ist denn da los, ey? Guck mal, da ist ein Mond. Na gut. Die sind ein bisschen von hier, ne? Keine Ahnung. Guck mal so. Oh. Sind alle hier, ne? Gefühlt. Ja. Wie viele sind denn hier? Sehr viele. Sehr viele, ja. Ich glaub wirklich neun. Ich glaube das war neun, ja. Wir müssen uns das sichere Versteck finden. Ich mein, die sind alle hier so. Aber von hier oben drauf sind wir halt nicht wirklich sicher. Jetzt sind's acht. Sieben. Sechs. Langsam kommt uns noch Zeit. Fünf. Fünf. Alter, was passiert da grade? Wir müssen festhalten von hinten. Was passiert da? Ja, ich hab noch zwei Sekunden. Oh. Oh. Von oben oder unten? Ah. Unten. Weck'n um Ecke rum. Au. Habe ich einen? Sind blind? Komplett blind. Nein. Ich seh nix. Du bist. Was? Oh. Oh. Ich war da oben hochgelaufen. Oh Gott, nein. Du sterb nicht. Oh Gott. Oh Gott. Hilfe. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Einfach so tun, als ob keiner da ist. Warte einfach. Genau. Du sehn dich nicht. Der sieht dich auch nicht. Der hat kein... Der hat jetzt gar keine Sicht von uns. Ich kann's jetzt kippen. Headshot. Nee. Links. Du kannst Bilder holen. Ah. Könntest du mich echt holen? Ja, mach mal. Ja, besser als gar nix. Oh Gott, die sehen mich echt. Nee. Oh Gott. Oh, da unten gerannt einer. Weil die sind da unten reingerannt. Ich würde da jetzt weggehen museln, weil die könnten da rausgucken. Du könntest die nicht sehen, weil da ist dunkel und... Und die machen Licht aus. Die könnten auch von links kommen. Denk dran. Die könnten von überall kommen. Der Ding hat mehrere Ausgänge. Was? Ach, wie haben die mich jetzt dann da gesehen? Na, mit dem Blick. Ja, weil du da rumgeschlichen bist. Ich wollte dich hochhelfen. Ich weiß. Nee, solltest du ja nicht. Um Gottes Willen. Bei Böde hätte ich gesagt, ja hol mich mal eben. Aber... Ach, Mann. Nee, die gucken ja da hoch. Aber mich kannst du jetzt holen. Ich lieg sicher. Oder Böde holt jetzt einfach alle. Ja. Hm hm hm. Du kannst auf euch собствен. Das dunkel ist mir drauf. Werm, ich kann auf euch wieder auszunehmen. Es geht über. Je kann auf euch, wenn es da gehe Plan war, wenn du da. Es geht über ein bleibes... ami? Hm. Hm. Lauf dich? Hm. Ja. Ja, da drüben sind wir drin. Ja. 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 Geht ne Leiter, ne Leiter runter, wenn das dann neben dem Leicht ankommt. Wie so laut, ist er laut laufen? Das war die Lampe. Ach ok, Stand. Was stand? Ich stand eben, deswegen war ich so laut. Aber... Geht auch nicht, ne? Hm. Ich will deinen Hut verschwinden sehen. Hä, ist einer schon raus? Hm, ne eigentlich nicht, stimmt. Hä? Wird aber nicht angezeigt. Verdammt, da war der eben. Höhen? 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 hallo hallo holen sie uns liegt sicher vermute sowieso das vermute jetzt liegt fast sicher meinen sie aber die weil die nicht wissen dass die statua zuhörst die andere türen ist leider noch auf so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Spannend! Wir kommen ja heute nicht ganz leise raus, ne? Wir gucken ja, ist recht. Nach hinten gelaufen. Zumindest sind immer noch alle drei Dinger da. Da ist er. Okay. Ja, danke schön. Alter. Das weiß ich auch, ich kriege hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee, ich habe auch nicht. Oh jeee. Oh jeee. Oh jeee. Okay. Okay. Alter, wie viel sind denn da noch drin? Das Problem ist, die haben gerade wieder neue Sicht bekommen. Das ist massig. Okay. 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 So. Okay. 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 Sind sie denn jetzt da hochgekommen? Äh, unten rein. Ich seh's. Ja genau, da hoch. Hast du was zum Werfen? Ich? Ja. Ja, ich hab'n Molotow-Cocktail. Ja, werf' mal da rein, bitte. Schnell, bevor es links aufhört zu brennen. Links ist Stacheldraht. Ja, oder so. Ich brenn. Brauchte von hinten keiner kommen, weil die anderen Aufzug. Ja. Ja. Okay. Oh je. Oh nein. Es tut mir leid, ich wollte die nur löschen. Nichts von Ding. Guck mal in die Richtung. Zu ihm? Ja, ja. Wir sollen den einen nicht holen, da müsstest du ja noch was liegen sehen eigentlich. Engg da mal so'n bisschen drauf. Geht einfach nichts. Nee, der geht aus, brennt nix. Ja, der geht wieder an. Der geht aus, dann geht wieder an. Mhm. Geil, ne? Ja. 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 Ah, da. Ja. Wenn der nicht stoffelt wird. Ja. 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 Kannst ja noch da oben durchwerfen, naja, ich kann sagen. Noch drin, oder? Ja. Mach mal ein bisschen, denk mal ein bisschen ab. Wir dürfen nicht mehr Gas. Geht sofort auf. Dankeschön. Ja, Achtung Musik. Danke schön. Bitte. Ich dachte mir einfach so scheiß drauf. Und? Ja. 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 Alle, der ist runtergefahren, Fahrstuhl. Raus gerannt. Oh, fuck. Draußen? mhm da liegt noch so ein Dude ich glaube der geht da hoch der haut ab ist der einzige noch der lebt? weiss ich nicht aber der haut gerade ab deswegen bilden wir auf die Hunde der rennt guck du mal unten nimm den Hinweis welchen Hinweis? ja unter dir nimm den Hinweis achso ja ich weiss nicht wo der hinrennen will da ist kein Ausgang und ist da mal irgendwas? Leute ja sind da noch welche oder was? warte ne aber man hier raus neben ist grad jemand gestorben ja er ist tot ich seh gerade nichts ich bin auch gleich tot mein Gott ich gebe euch nichts was der wird noch hier sein das war ein anderer weiss nicht der mit dem bounty rennt da hinten ich renne mit dem hin alles klar ich hab gedacht der Typ rennt alleine mit dem bounty hä 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 warum bist du gestorben? keine Ahnung was steht da geschrieben? du hast dich selbst getötet ich hab nichts getan was ist das denn? was ist das denn? was ist das denn? ich will nur eben kurz den Typen kann sein dass ich selber draufkriege ich bin hinter dir ich hab aber nur noch ja ich hab nichts mehr zum heilen brauchst du noch Heilung? ja aber lasst uns erstmal dahin ja bringt da auch nix wenn er dann hat die Verbindung 3 viertel und go jo ok er ist fast da ich glaub der kommt raus schafft man nicht 30 Sekunden haben wir wenn ich da einfache ich will mich einfach rein stellen da ist die Kutsche dahinter rein 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 doch noch drauf zu komm schon Kirt komm ihr ist blockiert haben wir ok looting ok looting ok natürlich nichts mehr warte warte wir kommen dich holen ok 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 du hast noch einen und jetzt ist noch irgendjemand raus oder? ich versteh ich weiß gar nicht wo die anderen Bonds sind ja da muss ja einer raus gerannt sein ne? ich hab keine ahnung ja aber sind ja noch 3 im spiel wie viel hast du denn blöde? ähm hast du jetzt nur 1 oder hast du 2 eingesammelt heute irgendwo? 2 glaube ich oh Gott lauf 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 alter 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 jungen jungen was ist denn hier los? zum Glück war doch nur mit mir kein Fass komm 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 ich bin ja mal gespannt woran die gestorben wie steht der denn da? ich hab mich selber angeblich getötet ja mehr informationen kriegst du ja auch nicht aber steht ja du kannst ja unten die Schaden kannst die Schadenshistorie gucken oder irgendwie sowas mhm wenn wir mal raus gehen müssen ich vorher nicht? ne ne ja außer wir sind halt tot ne? aber so nicht ich hab noch 2 ganze Schuss null gibt es ja wenigstens auch nen Ausgang? ja alter alter was für ne abgefahrene Runde jep zwei Bouncy ist wieder geholt und noch eins dazu bekommen das stimmt ja weiß ich nicht aber jetzt haben wir 3 oder was? deswegen frag ich ja extra so heute nicht ja sie hat ja noch eins von denen genommen ja und dann müsstest du ja noch 2 haben ja vermute ich vermute ich also ich hab jetzt 5 Sekunden Blick weil ich hab ja nen anderen ja von denen eben warte warte wo bist du denn gestorben? ne ich hab die Mauer da runter gesprungen nein bin ich nicht ich war noch auf der Mauer bei mir bei mir war ich noch auf der Mauer achso ja aber gut bei dir auch laut laut Server halt nicht dass wir da kann ich ja nix dafür oh man aber ihr könnt die anderen jetzt nur looten ich bin ich hab auf dem Boden gestanden und hab also ich hab einfach ich hab nichts getan ich bin stehen geblieben und dann hab ich Schaden bekommen weil ich dachte mir so was ist denn das? ne bist du runtergeglitscht naja er hat den der unten auch noch jemanden gekillt hat ne der ist der war im hier liegt er im Fahrstuhl er konnte halt durchs Schlitz im Fahrstuhl schießen der andere kam dann aber runter den hab ich nicht rechtzeitig getroffen hier liegt halt ne Waffe rum wo iss'n der ja genau der Spieler ist weg ne ne Hätte ich nur eine Waffe rum. Wie die sich dahinter noch... ...fabrikadiert haben. Ach du hast von unten vom Fahrschule hochgeschossen oder? Ja ja genau. Alter. Der hat alle gelootet? Kann nicht looten. Was ist denn hier für Waffen bei? Hm. Am Hose hin oder? Äh Lebelle. Kann ich wieder nicht einbauen? Ich auch nicht. Schitter, Schitter, Monizum ist voll. Ausgebrannt. Da drüben müssen ja auch noch ein paar rumliegen. Was ist denn hier drin? Keine Ahnung. Theoretisch. Ne, die sind ja rüber gerannt. Ja, aber alle? Deine Meinung ja. Oh. Echt mal. Und hier der Schwanz, ne? Wirklich. Warum steht er denn nicht wieder genau da, wo man den wegschiebt? Ja, das verstehe ich auch nicht. Die Tugend sind ja auch noch welche reingerannt. Hier noch irgendwo weg. Da sind doch so viele gestorben. Da, 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 da. Da, 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 da. Du, 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 du. Da, 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 da. Hm, gut. Naja. Da wird nichts mehr sein. Da komm ich denn jetzt hier runter? Nicht sterben? Nein. den normalen gang genau dann da durch und jetzt links rechts 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 genau raus und dann da so rechts oder links ganz aussuchen woher weißt du denn wo ich bin ich seh doch dann umriss durch die wand hallo und das aus deinem munde ja ja ein ganzer moon ein ganzer wohnen light shadow was ist ein bisschen komisch also nur drei dinge waren wird es halt noch so komisch angezeigt wird ja passiert erst mal lange 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 ja weiter wir nehmen die hunde ging es aber auch kommt jetzt zum ausgang ich bin dran vorbei gerannt ja ich bin noch ein bisschen weiter weg was gut um dich brauchen wir uns ja keine sorgen machen was um dich brauchen wir uns keine sorgen machen hier passiert ja nichts wieso meinst du wegen den stacheldraht und so weil du gestorben bist da ach so was machen was machen guentag 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 nasi 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 goreng 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 das ist doch nasi goreng nasi nasi geil komische runde so na wieviel heute mal wieder geholt naja naja die runde ging aber auch eher so die runde wie lang ging die 50 minuten knapp ja dann haben die leute doch was spannende lust zu gucken das ist richtig und ich hatte sogar zwei kills ich bin zwei einen kann ich mir erinnern der letzten jetzt aber wann ja dann ich hab ich hatte nur drei doch stimmt mit dem auch nur drei ja das ist ja noch was für folge 300 ist alle eben ja ich werd handy installieren ja so ist man richtig nein doch also komm schon alter 3 kills hallo wirklich doch weißt du was den schräg ich gleich erstmal mein hunter in ruhe stand eh oder hm sind jetzt range 97 geil naja was genau so geil ist war zum beispiel diese folge gewesen deswegen lasst gerne ein like da und schalte beim nächsten mal von hans showdown wieder ein mit wirklichem abo natürlich so bis zum nächsten mal tschüss geil ne tschüss geil geil tschüss geil tschüss und die ist geil 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 wohl geil 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 geil